Hallo, hier wieder in Final Cut. Mein Name ist Adrian und heute soll es darum gehen, wie man die Geschwindigkeit von einem Clip verändern kann. Also wir sind ja jetzt eigentlich, wenn wir den Clip reinziehen, reinkopieren in die Timeline, sind wir auf einer Normalgeschwindigkeit. Der Clip läuft so schnell ab, wie wir ihn aufgenommen haben. So sollte das Ganze sein. Wenn wir jetzt uns die Information, den Clip auswählen und die Informationen anzeigen lassen, können wir gucken, in wie viel Frames das Material vorliegt, das wir haben. Hier Clip 4 liegt in knapp 60 Frames vor. Das ist bei der Geschwindigkeit vom Clip immer sehr interessant. Und dann können wir mal hier auf das Projekt gehen und sehen, okay, das Projekt liegt genauso in diesen fast 60 Frames vor. Wenn wir jetzt ein Projekt mit 30 Frames anlegen würden und Material mit 60 Frames haben, können wir ohne Probleme eben diesen Clip verlangsamen, Slow Motion draus machen, weil er nimmt ja nur quasi jedes Bild, jedes zweite Bild genau. Und dann nimmt er jedes Bild und dadurch sind wir nur noch bei 50% der Geschwindigkeit. Jetzt sind wir aber einfach mal, nehmen wir einfach mal an, wir wollen das jetzt so haben. Ich denke, eine normale Kamera macht 30 Bilder die Sekunde, sondern eine normale Kuren-Zoomer-Kamera und ihr wollt jetzt trotzdem eine Slow Motion daraus basteln. Dann habt ihr hier verschiedene Presets. Ihr könnt das Ganze natürlich auch schneller machen, aber wir sind jetzt erstmal hier bei langsamer Zeitlupe. Zeitlupe, das wollen wir heute machen. Und dann sagen wir, okay, der Clip soll 50% haben. Jetzt wird der Clip in einer halben Geschwindigkeit abgespielt. Und ihr könnt das Ganze dann hier, entweder ihr könnt hier draufklicken, das nochmal hier verändern und nochmal auf die normale oder eben eigene. Das heißt, ihr könnt jetzt hier eintragen, in welcher Geschwindigkeit ihr das gerne hättet. Was jetzt vorwärts und rückwärts ist, wollen wir uns noch gar nicht angucken, sondern einfach nur könnt ihr hier die Geschwindigkeit angeben. Das heißt, ihr sagt 20%. Dann wird der Clip natürlich viel länger, er wird total gestreckt. Und wenn ihr hier auf Abspielen geht, wird man schon die einzelnen Bilder sehen. Man sieht hier schon ganz klar die einzelnen Bilder, die hier abgestottert werden. Und je länger ihr das zieht, ich weiß gar nicht, ob man hier quasi unter die 1% runterkommt. Wir können es mal langziehen. Und wir sind jetzt bei 3%, jetzt bei 2%. Ich hätte es ja eigentlich auch einfach mal angeben können. 1%. 1%. Also 1% muss sein. Alles andere wäre ja auch ein bisschen blöd. Aber man sieht schon hier, wie jedes einzelne Bild abgeklappert wird. Innerhalb von 9 Minuten ist der Clip jetzt lang. Und in normaler Geschwindigkeit, genau, mal geteilt durch 100. Wenn ich jetzt hier wieder auf normale Geschwindigkeit gehe, 100, dann sehen wir, okay, der Clip ist viel, viel kürzer. Und wir haben ihn jetzt hier wieder in normaler Geschwindigkeit. Genau, einfach hier den Clip auswählen auf diesen, ich würde sagen, Zauberstab mit Pfeil und dann auf langsam gehen ein Preset auswählen. Und dann könnt ihr hier entweder hier dran ziehen, den Pfeil auswählen und hier dann eigene, die Geschwindigkeit angeben. Das könnt ihr dann ganz beliebig und je nachdem, wie ihr das braucht, angeben. Das Gleiche, da will ich jetzt nicht nochmal ein Video zu machen, ist quasi schneller. Das ist eigentlich genau das Gleiche, nur in die andere Richtung. Der Clip wird immer schneller. Wir können sogar übergehen von Zeitlupe langsamer in schneller. Und die Geschwindigkeit wird da einfach nur gerafft. Und dadurch wird das ganze Bild einfach, genau, der Clip wird schneller abgespielt. Und es werden dann quasi Frames ausgelassen im letztendlichen Render, im letztendlichen Renderprozess. Ja, und das soll es jetzt auch dann schon wieder gewesen sein. Ein, mit diesen drei Funktionen hier, langsam, schnell und normal, um das Video auf den Standard zurückzubringen. Geschwindigkeit schneiden, wenn wir das auswählen. Genau, haben wir noch, das müssen wir gerade nochmal ansprechen, haben wir da eben einen Schnittpunkt in der Geschwindigkeit. Wenn ihr zum Beispiel einen Teil, sagen wir, ihr filmt einen Skateboarder. Der Skateboarder fährt an, ist jetzt in einer interessanten Slow-Mo. Ihr schaltet hier Geschwindigkeit schneiden auf eine Slow-Motion. Ihr seid hier wieder Geschwindigkeit schneiden, wieder in der 100% oder so drin. Das kennt man, denke ich. Der Skateboarder fährt hoch, macht seinen Trick, während dem Trick ist Slow-Motion. Und sobald er wieder auf der Bahn aufsetzt, ist es wieder uninteressanter und dann wird es wieder in normaler Geschwindigkeit fortgespielt. Und das Ganze müsst ihr nicht machen, indem ihr den Clip schneidet, sondern könnt einfach hier die Geschwindigkeit schneiden. Bei eigene, nehme ich an, kommt man direkt genau zu diesem Feld. Das könnt ihr natürlich auch dann einfach über diese Funktion hier eigene machen, Geschwindigkeit zurücksetzen. Und damit sind wir eigentlich hier durch so ein paar Funktionen durch. Halten werde ich euch im nächsten Video dann mal vorführen, was ihr damit anstellen könnt. Und wenn euch das Video gefallen hat und ihr sagt, okay, ja, damit kann ich jetzt in Zukunft coole Sachen machen in Final Cut, dann freut mich das. Und ihr könnt mir das gerne zeigen mit einem Daumen hoch und einem schönen Kommentar, was ihr damit vorhabt, was ihr damit machen wollt, was ihr damit schon gemacht habt vielleicht auch. Oder wie ihr die Geschwindigkeit hier einstellt. Vielleicht gibt es ja auch noch eine andere Möglichkeit, die ich jetzt noch nicht benutzt habe. Und das interessiert mich auf jeden Fall in unserer kleinen Community hier auf YouTube. Und dann würde ich mich freuen, wenn ihr dem Kanal beitretet mit einem Abo und beim nächsten Video wieder dabei seid. Und bis dahin. Ciao.